Hier sind wir bei den Big Queen Egg Grills. Das ist der XL 3390 Euro. Innen drin mit Schamottsteinen, außen mit Gusseisern, alles mit Abzug in verschiedenen Größen, wie ihr sehen könnt. Hier ist das kleinere Modell, kostet natürlich auch weniger. Dann haben wir hier drüben ein noch kleineres Modell und das mittlere Modell. Alles sehr hochwertig verarbeitet. Und ich würde mal sagen, ich verlinke euch die ganzen. Ja, schaut es euch an. Ein toller Grill für jeden Grill-Liebhaber. Hier kann richtig professionell gegrillt werden. Wer sowas schon hat, schreibt es mal unten in den Kommentaren, wie zufrieden er damit ist. Ja.